Okay, wollen wir damit doch mal anfangen, mit einem Ladebeschirm, der ziemlich jahrelang dauert. Journey is end. Tup, 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 tup. Dann soll das gehen über Beutes oder Ernstöße. Klicke dann auf ein Rezeptenaktionsmenü. Dadurch werden alle Rezepte angezeigt, die wir in den Arbeiten durch ihre Arbeitsstation fertig werden müssen. wie eine schmiede eine werkbank oder eine chemiestation die kleinen grundsatz und zeigen wie welche arbeitsstätzung ja wie komme ich denn jetzt hier ja ich weiß nicht ob ich dich jetzt einladen kann ich glaube schon ja ich habe dich nackt und ohne vorrätigen tod überlassen gefunden erscheint dass du du verärgert hast und hilfe gebrochen könntest mein ich habe meinen namen falsch geschrieben sehr schön das genau das wollte ich hören kann ja mal passieren auf die siedlung von white river wirklich und sie sicher friede sein mit dir freund ich bin gucci ja super ich heiße einfach gucci oh Gott das ist ähm warte mal Steuerung Kameramfindlichkeit ist das scheiße oder was ja Fasserschönigkeit halten Maus Gamepack aktiv Mö noch Zeit oh oh der digitalisiert gerade Datenspiel ach du scheiße okay das ist ein bisschen besser gut äh wie Karte Option wie Punkt Video Teilte wie Punkt Fertigkeit Karte Karte Blut aus Bewegungsschärfe aus Verbündeter Gruppe Freundschaftsanfrage ja zurück Steuerung gut zurechtkommen wie kann ich denn ok Müll durchsuchen wie kann man denn hier nochmal alles nehmen oh nicht spieler melden oh fuck ey das sind scheiß huch er kann man alles auf einmal nehmen keine Ahnung was ich hier gerade mache 1,3 Kilometer entfernt oder die Richtung alles klar ich muss Richtung Norden plus minus abblick da ähm ich nehme einfach mal meine Fackel ich komme mir erstmal gegen gelaufen ein kleiner Stein ich bin es auch noch Option Video ist immer bewegungs- und schärfe an ach so ja ok vergessen anwenden zu drücken ok du bist wahrscheinlich direkt vor der stadt auf anderen seite ja ich bin auf andere seite nö es stehen beide vor der stadt bloß ja ich bin eine eine kundur einen anderen wahrscheinlich ich glaube nämlich vor der stadt gerade um eine leere dose das gut ist was ich mache ich habe keine ahnung hallo kollege schnüschung ich hab gleich Kollege du brennst ein bisschen Messing und Eisner habe ich auch gefunden also ja die wäckert wäckert die klingel weniger in den mann jungen also gut weil die titel auch scheiße ja das spiel sollten ein bisschen älter vergessen ok ich weiß auch nicht wie weit du entfernt bist ehrlich gesagt 500 meter du kannst wenn du da auf tab und auf tab wechsel spieler gehst kannst du sagen dass du den auf die karte anzeigen lassen willst und dann wird dir das angezeigt dauer dauerhaft 500 meter 50 meter wir müssen uns gleich sehen ich bin kurz vor dem bügel und du auch ja ja 300 meter da ist ein zombie links links neben mir da haben wir aber nicht gesehen der schlenderer durch die gegend ey wir müssen uns genau sehen ich bin jetzt an der straße du musst mir jetzt entgegen kommen ja ja hier neben mir ist auch ein zombie ich kann dich aber auch nicht sehen 90 meter doch da straße bist du ja hilfe das ist auch hilfe hier sind überall zombies ah ja verdammt wo bist du hier ach das bist du ich hab gedacht das ist ein zombie hey ich sehe bloß überall zombies niedergeprügelt sehr schön ok holz knüppel ja aber dafür brauchen wir doch holz oder ich hab schon holz schlag einfach gegen baum nein nein hör auf das trinken stein haxt fertig die 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 das ist die Fischler der Steinachs Holzknüppel. Fertigen. Wo hab ich den jetzt gemacht? Okay. Timber. Timber. Okay, mit der Holzknüppel ist das wesentlich besser jetzt. Steinpfeile, Lagerfeuer, Steinbolzen. So. Warum kannst du hier eigentlich eine Axt machen? Keine Ahnung. Steinsperr, kann ich damit machen. Steinachs, kann ich mir noch nicht machen. Okay. Breakup, die wird so gut ziehen. Okay, hier laufen überall Zombies in der Ecke rum. So, ich soll die Folge auf die Faden, ne? Ja, ob ich hier rein. Ach, das. Das ist gut, dass wir das Spiel spielen. Ich weiß auch nicht. Hast du gerade Spaß? Ja. Okay. Okay. Äh. Wunderschön war das. Ja. Ja. Alter, der kann mir einfach von oben. Abschlau. Da brennt irgendetwas. Oh, das bist du. Hallo. Ich weiß ja, ob das gut ist, wenn wir mir jetzt einmal quer durch die Stadt durchrennen. Ich weiß es auch nicht. Das Beste ist es ja, wenn wir uns irgendwo ein Steinhaus oder sowas suchen, ne? Ne. Da steht ein Zombi-Hund hinter dir. Vielleicht sollten wir hier nicht sein. Ich war nicht hier. Ich war nie hier. Nicht wirklich. Nein, nein, nein. Aber wir müssen die Stadt durchsuchen. Wir können ja da hinten so einen äußeren Rand gehen. Okay. Zombie voraus. Wir sind verletzt. Ja. Er hüpfte noch ein allerletztes Mal. Ja. Die roten sind Krier, so ein Tee. Ich glaube, daraus kann man... ...gachher Tee machen oder sowas. Und man kriegt auch noch Ex-Tüber nachher. Ja. Ja. Das ist ein bisschen gern. Hage Brüttel? Hage Brüttel? Hage Brüttel? Hage Brüttel! Hage Brüttel! Okay, wir sind haufenweise Autos. Da hinten ist ein Schattung mit so einem Warenhaus, ein Café. Äh, Vorsicht! Hier sind Schleicher unterwegs. Oh. Leerer Wasser. Stofffest, das ist immer gut. Das bist du, ich denke, es war das... Schief, ich komme hier rein. Ich komme mal hier rein. Ich habe eine Juliette besucht. Äh, wo? Bei dir? Ja, da ist ein Fettbarns drin. Oh, voll den Kopf zerwitzt. Jewey. Keine Spons. Kannst du mitnehmen. Verrottenes Fleisch, äh. Ja, aber das brauchen wir nachher irgendwo für. Okay. Okay. Oh, Lade. Ist hier irgendwas? Munition. Neun Millimeter. Nice. Okay. Wake up. Wake up. Wake up. Tatsächlich, die Grafik geht echt gar nicht. Ja. Und ich merke, dass der von rechts saumäßig heiß wird. Okay, da kommt ein Zombie von rechts. Ah, da. Wir haben aber einen Überblick verschaffen. Ich kann einen Grill abbauen. Okay. Ja, da gibt Eisen. Na, da kommt genau zu uns. Ja, weil er uns gehört hat. Hey, na? Wir wollen einen Freundschaften schließen. Ja, ich habe jetzt zerlegt. Hallo? Hallo? Ach da. Ja, Hallöchen. Vorsicht, wir kriegen gleich Besuch. Ja, da kommt zwei Stück direkt auf und zu. Die hören dann schon den Krach, möchte man meinen. Hä? Hä? Nee, draußen. Nicht hier drin. So. Hä? Äh. Äh! 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 ich kann nicht mehr zu schlagen eine witzger warum kann ich nicht mehr zu schlagen der gegenstand muss repariert werden ist das so eine leere dose ich bin ich was bist du wieder jetzt mal schreck ich mich Hilfe ich werde verfolgen von einem Tänzer ja ja guck mal wie fällt der denn aus wo da sind noch welche ach da kommt eine wo denn wo wir reingekommen sind einer haha das war ein sehr schönes Geräusch auch ein diese Kisten kommen Abbau aber das ist nicht so gut ist ein Stück Papier auch DG sehr schön ich habe schon sehr viel Opfer und Eisen gefunden ok ok hier rechts ist was welche Zombies ja ah da schon eine angetikert so wie du redest das ist das ist so ok ach nein ich will keinen Bürostuhl dabei haben hallo achso hier kann man sogar was noch kaufen super was habe ich denn jetzt gefunden überhaupt oh oh feuerachst oh oh nice ja 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 everybody going to the rock your body oh 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 vernichtet okay wir brauchen irgendwie eine Kiste oder sowas wo wir die ganzen n 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 Wir haben 14 Uhr, das heißt, wir müssen uns eigentlich ein nettes kleines Häuschen suchen, wo wir uns drin verstecken können.